Hallo liebe Katzen und Kätzchen. Ich bin Zephirat und ich wollte euch mal zeigen, was ihr ganz schnell, ganz einfach und ganz lecker daheim machen könnt, falls ihr in dieser Corona-Zeit keinen Alkohol habt und Alkoholbedarf habt und nicht immer irgendwie Bier oder sonstiges trinken wollt. Habe ich mir was einfallen lassen, haben wir uns was einfallen lassen, und zwar ein Strawberry Mojito. Der geht ganz einfach, ihr braucht auch kein Bar-Equipment wie sowas oder sowas hier, das kriegen wir ganz einfach hin. Was ihr dafür braucht, sind ganz handelsübliche Erdbeeren, natürlich Rum, weißer Rum, dann brauchen wir für einen Mojito immer Minze, dann handelsüblichen Zucker, normalerweise brauchen wir dafür auch Wasser, also Soda, aber ich mache das heute ein bisschen anders und zwar damit. Aber was wir definitiv dafür brauchen, sind Limetten. So, dann fangen wir mal an. Am besten erst mit den Erdbeeren anfangen, die werden erstmal geschnitten und zwar habe ich die schon mal hier vorgeschnitten. Ihr braucht wahrscheinlich so zwischen vier und sechs Stück. Die habe ich schon mal für euch vorbereitet. Die könnt ihr ganz einfach in so ein Glas reinmachen. Könnt auch ruhig ein bisschen mehr, je nach Frucht Dings, was ihr da drin haben wollt, könnt ihr das vollmachen. Als nächstes kommt der Zucker rein. Da könnt ihr auf jeden Fall eins, zwei. Zwei reichen eigentlich schon. Ihr könnt zweieinhalb bis drei machen, je nachdem wie süß ihr das haben wollt, aber es wird auf jeden Fall noch wesentlich süßer, deswegen bleiben wir mal bei zweieinhalb. Als nächstes kommen die Limetten rein. Davon habe ich eine gehälftelt und in Viertel geschnitten, wie man hier sieht. Da jagt ihr auf jeden Fall mal so zwei, also vier Stück rein und das Ganze wird dann gestampft. Könnt ihr mit jeglichem Zeug, was ihr daheim habt, stampfen, wofür ihr das auch immer benutzt. Währenddessen könnt ihr euch überlegen, was ihr heute Abend kocht. Vielleicht darf es wieder mal eine Chipstüte sein oder vielleicht die nächste Fertigpizza. Man hat ja sonst nichts daheim. Und währenddessen stampft ihr einfach hier weiter und weiter, bis es ein bisschen aussieht wie das hier. So ein bisschen Daikiri mäßig aus. So. Wenn ihr natürlich Zeit habt, lässt ihr das ein bisschen stehen, damit sich das so ein bisschen entfalten kann. Ansonsten nehmt ihr euren weißen rum. Die meisten Barkeeper werden euch sagen, dass ihr sowas hier benutzen müsst. Das ist ein Jigger. Aber weil wir daheim sowas natürlich nicht haben, ein ganz normaler Löffel tut es auch. Oder Augenmaß, ja. Je nachdem, wie durstig ihr seid. Das müsste reichen. Je nachdem. So. Dann macht ihr das zu. Jetzt kommt das Wichtigste. Die Limetten. Äh, die Limetten sag ich. Die Minze. Da habe ich mal so einzelne Blätter rausgenommen, bevor ihr die reinhaut. Das sind so eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs. Das sollten so zwischen sieben und zehn Stück sein, ja. Und bevor ihr die rein tut, damit ihr auch den vollsten Minzeflash habt, haut ihr da einmal ganz kurz drauf. Und dann kommt es da alles rein. Dann nehmen wir einen ganz normalen Löffel. Das wird dann hier ein bisschen umgerührt. Damit sich das schön mit dem Alkohol vermischen kann. Die Limette, das ganze Bittere mit dem Fruchtigen, dass es halt sich so ein bisschen vermischt und dann der Geschmack dann optimal rauskommt. Das müsste reichen. Es fehlt jetzt uns quasi nur noch ein wenig Eis. Das müsste eigentlich reichen. Und normalerweise, wie gesagt, mit Soda. Aber ich habe meine eigene Rezeptur irgendwann rausgefunden. Schmeckt einfach besser. Füllen wir auf mit Sprite. Klingt am Anfang ein bisschen komisch, aber wenn ihr das schmecken werdet, wird es wesentlich besser sein. So, füllen wir auf. Ein letztes Mal umrühren. Könnt ihr ruhig ganz tief mit dem Löffel gehen und das, was unten ist, so ein bisschen hochholen. Vor allem, weil da ja auch Zucker drin ist unten. Schon vorher gut umrühren. Sonst ist der ganze Zucker unten. So, rein theoretisch werden wir jetzt fertig. Aber da wir ein bisschen fancy sind und wir natürlich auch wollen, dass es auch so ein bisschen Barkeeper-mäßig aussieht, schmücken wir das Ganze, weil das Auge trägt nämlich mit. Schön.